Wir haben jetzt Donnerstag 16 Uhr, mittlerweile ist in Fulda leider die Wolkendecke ein bisschen aufgegangen und lässt einen schönen Nieselregen zu. Deswegen haben wir uns einen Schirm organisiert. Den Schirm hält hier zu meiner Rechten der Matthias Hausmann, der ist Kundenberater bei Lendner Feuerwehrfahrzeuge. Herr Hausmann, was haben wir denn hier für Messe-Neuheiten dieses Jahr auf der Rettmobil hier in Fulda dabei? Also wir haben erst einmal zwei Fahrzeuge dabei, allgemeiner HLF-20 und der LF-20 Cat S. Das HLF-20 ist etwas ganz Besonderes, weil es ist unser erstes Scania Straßenfahrgestell auf der neuen Baureihe. Genau, richtig. Dass einige Besonderheiten und Neuheiten dann wie Heckklappe mit durchgängigem Rollladen auch beim Scania das erste Mal so richtig realisiert mit richtig schöner Beinfreiheit, der PA-Sitz auf dem Beifahrerplatz, Seilwinden verbaut hat und auch die Abgasanlage, sage ich mal, ohne Platzverlust und am Mannschaftsraum verschwinden hat lassen. Ich denke, das können wir uns kurz einmal anschauen, dann die Details. Dann gehen wir mal an die Heckklappe, dann stehen wir wenigstens trocken. Wir stehen jetzt mittlerweile hinter dem HLF-20 16, der Feuerwehr Bremerhaven. Herr Hausmann, Sie sagten eben, dass es hier eine Neuigkeit im Bereich der Rollläden gibt. Ja, wir haben jetzt hier das erste Fahrzeug, das von uns ausgeliefert worden ist, mit der Heckklappe mit integriertem durchgängigen Rollladen. Bedeutet, der Maschinist kann wählen, wenn er hinten die Haarspiele noch dorten hat, einmal die Funktion des Rollladens, um trotzdem überall an sein Saugzubehör hinzukommen und auch die ganze Pumpe in der Übersicht zu haben. Und dann eben die Funktion der Heckklappe, gerade für so Wetter wie heute, einfach schön zum Unterstellen, dass er dann auch mal im Trockenen stehen kann. Dann bleibe ich, glaube ich, heute Maschinist, dann stehe ich im Trockenen. Was ich ja hier sehr cool finde, dass mal kein Display, kein großes Display verbaut ist. Legt ihr da besonderen Wert drauf? Also wir legen natürlich den Wert darauf, dass das ganze bedienerfreundlich und anwenderfreundlich ist. Bedeutet für uns vor allem, Kunde hat es sagen, ob er hinten ein Display oder Schalter haben will. Der Trend geht zu dem Pumpenbedienstand, den wir bei dem Fahrzeug sehen, wirklich wieder nur über Schalter. Aber das kann jeder um drei Uhr in der Früh genau noch so bedienen, die Funktionen, ohne dass er lange im Display rumsuchen muss. Gerade auch bei Berufsfeuerwehren und auch bei vielen freiwilligen Feuerwehren wird das momentan wirklich wieder am meisten verkauft. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir gehen noch mal ins Fahrzeuginnere und gucken uns die Atemschutzgeräte an. Wir sind jetzt hier im Fahrzeuginneren, das Scania HLF. Beeindruckend finde ich ja schon mal, dass es sehr bequem ist, im Gegensatz zu den Sitzen, die man so kennt. Was hat sich hier noch erneuert? Wir haben als Neuerung erst einmal hier die Beinfreiheit im Mannschaftsraum bei uns zur Interschutz hin, auch schon in Hinsicht zur Interschutz hin, dass wir einfach die 57 bis 58 Zentimeter Beinfreiheit, dass die Feuerwehr noch komfortabler sitzt. Auch ein weiteres Thema ist einfach die Stehhöhe, die wir mittlerweile auf 1,70 Meter optimiert haben. Wir haben aber natürlich auch an der Sicherheit von der Kabine gearbeitet. Bedeutet, die Kabine ist nach den neuesten Normen ECE 29-3 komplett crash getestet. Wir haben jetzt auch bei dem Fahrzeug Seitenaufprall-Airbags verbaut, die praktisch auslösen, wenn das Fahrzeug mehr als 60 Grad gekippt ist. Bedeutet auch zusätzliche Sicherheit, bedeutet aber auch für die Feuerwehr ein bisschen Umstellung, weil natürlich mit diesem System wieder angeschnallt sein muss. Weil wir haben auf jedem Sitzplatz kurzstraffer verbaut. Sollte einer hinten nicht angeschnallt sein, funktioniert das System nicht. Muss die Feuerwehr denke ich auch hin und wieder noch ein bisschen an sich arbeiten. Ansonsten, was man bei dem Fahrzeug dadurch, dass es ein Scania-Fahrgestell auch erkennt, ist der neue Rückwandausschnitt bei Scania, der nicht mehr ganz so groß ist. Aber auch die Feuerwehren kommen damit wirklich zurecht. Das heißt, eine Feuerwehr, die ein Scania haben will, kauft auch meistens ein Scania. Scania kommt jetzt immer mehr im deutschen Markt. Ist eine starke Tendenz sichtbar? Die Tendenz ist gerade bei Berufsfeuerwehren immer größer. Wir haben sehr viele Aufträge dieses Jahr, also knapp prozentual gesehen, hat Scania mittlerweile einen Anteil von 25 bis 30 Prozent. Hat fast schon Mercedes bei uns in der Firma überholt, was die Auslieferzahlen angeht. Das Scania-Fahrgestell ist sehr hochwertig, ist natürlich ein 18 Tonnen Fahrgestell. Ein bisschen problematisch ist natürlich immer das Gewicht beim Scania. Das bedeutet, alles was über dem LF10 anfängt, LF20, HLF20, kann auf Scania aufgebaut werden. An LF10 haben wir keine Chance, weil das Fahrgestell im Grundaus 7,6 Tonnen wiegt. Wenn man vergleichbaren MAN, TGM dafür hernimmt, der wiegt irgendwie 5.600 Kilo. Das sind 2.000 Kilo Gewichtsunterschied. Die müssen wir irgendwo rausholen und das geht nicht über den Aufbau. Sehr schön. Wir haben ein rundum gelungenes HLF der Firma Lendner gesehen. Herr Hausmann, wichtige Frage. Nächstes Jahr stehen zwei große Messen an. Redmobil und die Interschutz. Was dürfen wir nächstes Jahr erwarten? Wir werden nächstes Jahr gerade im Ausblick Richtung Interschutz einfach komplett überarbeitet und auch komplett neues Aufbaudesign zeigen. Weil wir hören von vielen unseren Kunden immer, Autos, Ausbau ist sehr gut, die Qualität ist gut, aber am Design könnte noch arbeiten. Da werden wir komplette Neuheit bringen, was außen überarbeitet wird, was aber auch solche Sachen wie Auftrittsklappen und so weiter nochmal überarbeitet werden. Also da ist einiges von uns zu erwarten. Da werden sich einige Fahrzeuge in einem neuen Kleid präsentieren. Es ist aber geplant, dass wir auf der Interschutz schon nicht nur dieses Konzept vorstellen, sondern dass dieses Konzept auch schon so gebaut worden ist und auch nach der Interschutz schon verfügbar ist. Damit die Kunden nicht lange auf die Neuheit warten müssen, sondern damit wir es sofort präsentieren können. Da werden natürlich auch solche Sachen wie eine voll verglaste Türe oder sowas, so kleine Ausblicke kann man ja schon mal geben, dann auch sicherlich noch von uns zu sehen sein. Ja, dann freuen wir uns auf das Jahr 2020. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Das war's für heute aus dem verregneten Fulda. Wir hoffen natürlich, dass es morgen besser wird und begrüßen uns dann erneut hier bei der 19. Rettmobil. Das war's für heute.